Ich helfe gern. Ich helfe gern. Für die Föderation. Und trotzen unserem gemeinsamen Feind, den Argonen. Jenseits des Meers Sinshara kämpfen unsere Armeen, um die argonische Gefahr aufzuhalten. Fürs Erste. Doch die Argonen sind bei weitem nicht die einzige Gefahr. Seit wir an der Argonenfront kämpfen, werden die Monster hier immer dreister. Sie plündern ganze Städte. Wir müssen die Heimatfront stabilisieren. Wir sind zu wenige, um sie aufzuhalten. Aber wir hoffen, dass euer jugendlicher Kampfgeist das Wettmachen wird. Wer weiß, vielleicht seid ihr der nächste Elyon. Beiwählig. Wir brauchen einen Helden wie euch. Ihr scheint verwirrt, Kind. Alle reden von euren Leistungen auf der Insel der Dämmerung. Gute Arbeit. Aber werdet nicht übermütig. Ab sofort seid ihr im aktiven Dienst. In ein paar Wochen werdet ihr euch danach zurücksehnen, auf der Insel der Dämmerung Ferkel zu jagen. Was habt ihr erwartet? Eine Parade? Diese Jugend heutzutage. Abtreten! Ich kann den Gestank von Ferkeln nicht mehr ertragen. Legt Wert auf die Pflicht, nicht auf den Ehrgeiz. Was! Was! Wie viel! Wie viel! Wann? Das ist Professor. Ich Punch nuevo. Wann? Rufe. Wann? Das istício frhos, aber das ist schön. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020